Liebe Gäste, herzlich willkommen hier im Hochsauerlandkreis vor dem schönen Asten. Viele Wochen mussten wir zuhaben, mussten wir einen Abstand halten. Jetzt haben wir wieder geöffnet. Wir freuen uns auf Sie, denn man kann hier so viel machen. Wir werden in die Luft gehen. Hör dein Herz trommeln. Wir arbeiten zusammen mit dem Astenkick und werden das gleich mal ausprobieren und euch zeigen, wie das läuft. Du musst erstmal nur beachten, dass du eigentlich nur Vorfreude auf dem Flug mitbringen musst. Das heißt, wir therapieren hier auch Höhenangst und dass wir dich über einen Kilometer Gental fliegen. Ich mache das alles vor, gucke, ob es funktioniert und ich hoffe, Sie machen es danach. Herzlich willkommen im schönen Asten.